Hallo und herzlich willkommen mit Reisen durch das Universum zu einem ja mal wieder weiteren Keenfearhard Pacifist Stream und ich weiß normalerweise tue ich sowas nicht aber wenn euch es aktuell zu wenig Streams sind was ich verstehen kann dann kann ich euch nur raten einfach mal bei YouTube vorbeizuschauen weil da gibt es durchschnittlich alle zwei Tage tatsächlich ein Video wo man ein bisschen mehr von mir sehen und hören kann ich hatte zuletzt auch ein paar Tage wo das Internet nicht wollte wie ich wollte wie man das so kennt und ja Unterschied zwischen Livestream und Video ist Videos kann ich auch ohne Internet aufnehmen aber naja nichtsdestotrotz aber auch für die Leute auf YouTube weil ich habe vor das heute auch auf YouTube zu laden erstens um auch zu zeigen hey ich streame noch also wenn ihr Bock habt könnt ihr auch natürlich mal auf Twitch vorbeischauen und hey x-rec na wie geht's dir wassup haha erster oha ja einfach mal direkt reingestuhlt so auch für die Leute auf YouTube oder allgemein wer auch immer wann auch immer rein hört ich habe vor eine eigene Pen & Paper Runde auf die Beine zu stellen wenn ihr Lust auf Pen & Paper habt und vielleicht auch ein bisschen out of the box spielt einfach einfach bei mir melden und dann wird das schon und hey Quax na wassup ja genau das was x-rec da geschrieben hat so soviel zu überlangen Einleitung ich hoffe mein Internet bleibt so stabil wie es jetzt gerade ist und genau Pienja 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 Piena Pien, Penna Pepper ich sehe schon ich habe die die besten Leute gerade da, um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Oh, Pepper, that's miserable, miserable pepper, miserable panna, oh wow. Ja, vielen lieben Dank für deinen Host und dann würde ich mal sagen, wir geben uns in die gute Stube, aber erstmal gucke ich gerade mal, ob auch wirklich alles funktioniert. Sieht aktuell gut aus, von daher kann man doch eigentlich loslegen. Barambam, Massenhosts, true. Kura wird enttäuscht von dir sein, but why, genau, fieso? Meines Typs, während sie draußen ist, oh, das habe ich gar nicht bedacht. Und meine Katze ist gerade angesprungen, so nach dem Motto, ey, du tust irgendetwas. Dann muss ich doch direkt mal nerven. Was auch immer das heißen soll, but why? Ist meine Aussprache sowieso grenzwertig? Du siehst gerade aus wie Klitschcat07, true. Nee, die Sonne blendet gerade extrem. Ach ja, jetzt, wie ich beide euch mal erwische, ihr wisst es vielleicht nicht mehr, okay, ich weiß, dass Finn es weiß, aber wir müssen Alien Isolation mal zum Ende bringen. Wegen dem Bart. Ja, den muss ich mal wieder stutzen. Moses Bar. Genau, Alien Fokin Isolatione. So, zumindest in der Richtung. Weil das ist ja tatsächlich noch gar nicht fertig. Ich weiß auch nur ganz, ganz grob, wo wir die Ubi da überhaupt sind. Was jetzt auch Alien Isolatione. Oh wow, einfach mal runterfallen. Also Stream Incoming von X-Rack. Stimmt, stimmt. Irgendjemand hat mir das gesagt, dass es das gratis gibt. Ich glaube, das war sogar Finn, oder? Das warst du, ne? Wow. Wow. Hey, wow. Ja, 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 ich, 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 ich hab mich erinnert, dass du das warst. Ich bin zu gut. Ja. True, auf jeden Fall. Wann Marios Trömen? Ja, doch erst vor ein paar Tagen des Streams, des Raves. Das Amazing Race. Ach so, ach so, dein Stream, okay. I don't know, fucking, fucking no cure. Was? Ich würde sagen, streamen sie, wenn sie Bock haben. Ja, das war schon ein sehr, sehr Amazing Race. Da wollte ich offensichtlich gerade volle Kanne in the Sky Pest laufen. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, genau, Amazin. Ziemlich Amazin war das gewesen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss auch zugeben, es hat auch echt viel Geld gekostet. Also billig ist dieser Spaß definitiv nicht, aber ich meine, das war jetzt einmal, das kann man machen. Man kann, man kann schlechter sein Geld ausgeben. Ja, Techa, ich weiß, dass du raus willst, aber you have to wait. You know, little cat, you have to wait. Maybe nicht lang, aber maybe sehr, sehr lang. Show, show us your cat. If I die, I will, and hello and welcome. Wow, thanks a lot. I like you. Wow. Meine Güte, war das dämlich. Sorry. That was fucking stupid. No, no. Ich hab gedacht, ich bin tot. Okay. Stop thinking. It doesn't work. Ja, Techa, you have to wait now. Techa, warte. Wo ist... Wo ist... Ich hab gehört, du kriegst 9 pp. True. You jinxed it. And die a lot. Yeah, true, true. So, because I'm dead, of course, my cat. Oh. Hey, Techi. Techi? No, what's up, Techi? What's up? Räumt ein Zimmer auf. Yeah, true. I mean... Yeah. Yeah. Yeah, okay. My cat wants to go. So. I will make a short break and be right back, I hope, in a couple of minutes. I hope. I just hope. See you next time. Peace. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, back again And my cam is not in the right position I don't think that's better, but that's fine So, five minutes in the stream and already my cat is interrupting it So, here we go again Yes, I'm bug again That's true And, wow Wow Und, was machen sie so in Minecraft, her von und zu flea What are you doing? Or, what are you doing? I don't know 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 immer ich kündige das nicht an weil ich halt nur streamen möchte wenn ich lust zu habe offensichtlich habe ich bock darauf von skype ist umgebracht zu werden ist offensichtlich my kind of jam so my goal for today is just to finish the game once not twice not a pb just beating the game yeah you have a good observation I mean no you are totally wrong no reset runs okay no reset if we reach the first pyramid I would say no 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 stool 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 okay nothing happened okay why I cannot shut up how do I bully you into what the hell I'm doing oh wow that was actually helpful do I needed to do it in deutsch and no no I'm just messing around how do I bully you into playing the sunset mod I guess I just have to download it and to play it I guess but I guess I will do it why not why not the problem is normally wow that was just lucky normally I am not that early and that's the wrong description for you thank you thank you I I have to save the link in the moment where I die but yeah you can try to do it in German but I will play I guess nearly every mod no I'm wow that was surprisingly okay we go to safe road here just to yeah I guess I have to be safe no 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 yeah okay maybe this should be the normal routine just to avoid I guess a fail or unnecessary death that's great that's 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 really really great but also also I I will not read that and I hope no one will ever but 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 still great but still 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 very very great hmm please stop bullying me oh wow okay that was uncalled for man okay I guess I have to reset if I die again please 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 okay very good I have the feeling sometimes it helps if I pray sometimes oh no yes okay where are you oh wow in any other scenario I would just die but that's fine okay 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 this is not fair okay still licking it's I but that's too risky for me okay could still work das war ein Stuhl I mean I saved it but it was really really stupid come on so I have to look the sunset mod up after the stream is it a vatican or a galaxy mod? most likely a galaxy mod because the most people like the galaxy games vatican okay that's interesting and that's just not great that's not great because I have two weight of this poison slug so I could just die wow 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 okay it's by KeenRush best mod I've ever seen okay you did play Operation Oakfloor if I remember correctly I saw a stream of it sadly we are so far from each other so the time difference is literally insane insane I have to say Operation Oakfloor is one of my all time favorites I just love everything about this mod yeah it's midnight here oh my gosh okay oh wow no wow that was so dumb midnight that's really really late okay if I play the sunset mod I have to start a little bit earlier yeah I was just failing around I guess I wanted to do something different but I pushed the wrong button happens sometimes okay a 20 is a horrible time but it's okay it's okay it's it's a horrible time but yeah I died twice so I guess that explains everything so like Finn oh wow I did manage the jump wow I thought I would yeah fail it I guess that was okay so no restart at that point so I need to push me through this power or even this literally kills me okay be nice so this is it I hope I can do this okay that was not what I wanted to do okay maybe no okay actually this makes this part a lot easier so this is even possible in a normal run so maybe one day maybe one day this is even possible without saving or maybe not maybe I'm just talking garbage and play like what 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 for a second I thought I didn't save okay where are you oh no 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 sorry okay I have to wait I have to wait no god damn it every time this will be the worst ah time ever okay yeah it was still fine and the time is not too horrible but yeah yeah I guess I try to play this mod in a couple of days maybe starting a couple of hours earlier just to be sure that you can watch but I have to admit I am very very bad with the vatic and controls so most likely you will just see that I am totally suffer okay that was actually not that bad oh wow I messed up the game that's fine okay that's actually not that good oh come on hmm nope okay to be honest do this area do this area without saving and loading is like uhm I don't know that's fine okay I need that I definitely need that so sleep well and see you maybe in a couple of days ago again and yeah thanks for stepping by even it's too late at your place so then i'm just going to switch to German the language that i can a little bit also nicht gut okay gut dass ich nicht so blind einfach reingelaufen bin okay das speichern wir direkt ab nicht dass wieder so eine Krüße passiert wie beim letzten Mal so wo nö 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 ja das ist doof 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 hello meine Güte das halt einfach wirklich eine halbe Minute kostet das Ding da nicht kommt waa waa na komm nicht furzen nicht furzen okay das skypast waa 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 wie waa ja ich muss ich auf jeden fall okay wir speichern das weil beide gerade in die richtige richtung furzen ich speichern direkt nochmal just to be schuhe muss auf jeden fall x track bei gelegenheit mal wieder mod zurück geben ich denke aber irgendwie nie dran ich schätze mal einfach so ein kleines bisschen vielleicht just to be schuhe machst du in einer halben stunde den stream man werde aber sehr wahrscheinlich nach dem stream erst mal ein bisschen spazieren gehen okay das war gerade just stupid okay das war okay das timing davon ist trotzdem nicht einfach aber es geht es geht aber nur weil es geht heißt das nicht dass ich es hinkriege want to become famos let's see your pixel jumping skills not today Jonas not today but welcome welcome to the stream but this works a lot better than what I used before wow that was just I messed totally up just this part okay still worked muss bei risk of rain an end boss endlich besiegen ich bin bin ehrlich mit dir x-ray risk of rain hat mich bisher nicht so abgeholt wow ich hätte die detenten safe weg nehmen wollen anstatt so um zu stuhlen that was just just stupid oh wow go away plus okay this time i just will save das für mich ja schuldigung ja meiner und genau warum ich das kann tut mir leid hat mich halt einfach not so gecatcht tut mir leid aber so schön wenn es dir spaß macht ist halt nicht unbedingt wow das war super lucky ist halt ich glaube wenn man selbst nicht so drin ist in dem spiel dann auch ehrlich gesagt probleme generell zu folgen ich glaube ich habe das größte problem dass ich so gar nicht so richtig ich meine klar ich sehe was passiert aber ich verstehe als die gar nichts ich glaube es ist auch so eins dieser spiele die auf jeden fall deutlich mehr spaß machen wenn man sie halt selbst spielt ich glaube es hat auch so ein bisschen das minecraft problem ich glaube dass das selber spielen macht deutlich mehr spaß als äh ok guter gedanke man von shikai netzwerk aber die ausführung war ziemlich scheiße die ausführung war vorhin war ziemlich Müll der gute ich meine das habe ich das habe ich also so die grundmechanik habe schon verstanden aber ich glaube es hat wie gesagt dieses minecraft problem ist wahrscheinlich das selbst zu spielen echt viel ok diesen sprung habe ich komplett falsch kalkuliert aber zu sehen ist halt relativ ich meine es wahrscheinlich umso interessanter wenn man das selbst relativ regelmäßig gespielt hat den hätte ich vielleicht mit einem titansprung noch gekriegt die gehen wir haben noch einen neuer aber aber why not, why not, quie not, quie not, quie not, so keine astrein geile zeit aber ist ok ist ok wenn wenn ich nicht zu viel rein stuhle ist unter 30 minuten definitiv drin sind ja auch nur zwei level wovon ein level theoretisch eine minute dauert wenn man nicht zu viel rein stuhlt man muss es einfach schaffen ja da fällt mir direkt der philosophenspruch ein ich meine der der philosophenspruch kannst alles schaffen außer die dinge die man nicht schaffen kann wow bäume also das level das wird wahrscheinlich ohne safen niemals etwas ja gg das war nice das war richtig nice okidoki mach das so jetzt muss ich hier auf diese hässlonschnecke warten da da hä hässlonschnecke so das ist ein guter save da machen wir das doch mal na komm kannst du nicht ein einziges mal so laufen wie ich das gerne hätte fronten wwwwww ich glaube das war dumm Oh mein Gott, das war insane! Ach, Bäume... So viele Bäume... Warum resettet der sich nicht richtig? Warum resettet der sich nicht richtig? So... Oh mein Gott, Sakamoto! Habt ihr das gesehen? Aber... Das war richtig, richtig gut! Oh wow! Dann machen wir es tatsächlich mal so... Don't throw again! Thanks a lot! Okay... Ah... You know... You know... Das machst du noch viel aggressiver... Da tue ich... Aggressive Fritzräuche... Aggressiv... ... So... Please... Be nice to me! Ah, danke. Ich dachte schon, der macht jetzt hier so einen einen auf Günther oder so. Was hat man das bedeutet? Ich habe gedacht, der macht jetzt hier so voll den harten Stall. Also praktisch, dass er den halt nicht frisst und so. Ah, Baloo, Baloo. Und sein, was ist GP? I'm not playing magic professionally. I'm just kidding right now. Just kidding. Just kidding. So, dass diese Stelle ich liebe ist. Nein, 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 nein. Okay, jetzt bloß... Not, not stuhling anymore. Noch mal. Hahaha. Oh, fuck that! Gott, was für ein beschissener Run und trotzdem einfach mal ein PB von über 40 Sekunden. Ah, Bäume, just Bäume. Aber gut, Will of Wishes hat am Ende dann trotzdem ziemlich gut. Funktioniert. Vielen Dank für so Hype. Ja, 43 Sekunden, what the hell. Einfach mal 43 Sekunden. Ich habe meinen Chat gegitzt. Ja, vielen Dank für das GG-Quacks nach. 25,5. Hype. 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 So, 25,5. Das muss ich direkt mal hinzufügen, den neuen PB. Pippe. Hype. Hype. Knoa sein CT- Scroll! Der neue PB. So. Habe ich nicht irgendwo noch eine Information? Ich habe keine Ahnung wo es steht, da genau. Endlich nach Urzeiten! Ja, ich habe ehrlich gesagt versucht das zu überlesen in dem Moment, Finn, weil ich mir gedacht habe, wenn du jetzt zu sehr darauf gehst, dann verkackst du das wieder. Yes, yes, you have told me. Yeah, 25,5. Ganz, ganz knapp nur eine 25 Minuten vorbei. Verzeihung. HL, you are faster than before, yes. Ich liebe diese Emote. Yes, that's adorable. Yeah, so. So, dann machen wir W-Split wieder an. Ja, das Hype Train Emote. Das war auch ziemlich süß. Wo haben wir das? Hype Train? I don't know. Twitch Hype Train. Sehr gut gemacht, Chicardus. Ja, vielen lieben Dank, X-Rack. Ja, unter 25 Minuten. Aber das war schon vorher ehrlich gesagt das Ziel. Aber Hauptsache mal wieder ein neuer Personal Best. Und es war tatsächlich nicht knapp. Ich meine, das ist der Run. Das wollen wir festhalten. Das ist der Run, wo ich zweimal gestorben bin vor der Pyramide. Also, da ist noch echt viel Luft nach oben. Vieles hat auch gar nicht so wirklich funktioniert. Und trotzdem 40 Sekunden schneller. Ich glaube, das liegt an der neuen Variante von den Pixel Perfect Pogo Jump. Ja, ja, den lade ich auf YouTube hoch. Und mein Internet ist gerade stuhlinghart. Sehe ich gerade. Zumindest ist es ein bisschen abgeflacht eben gerade. Ich hoffe, das liegt sich gleich wieder. Ja, wir halten fest. Du hast es gecalled. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall... Ich habe nur Pipifo gesagt. Ja, du hast es gecalled. Hat er das gesagt? Nein. Auf jeden Fall der Pixel Perfect Pogo Jump, der überarbeitete. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, X-Rack? Also, ich glaube, so funktioniert das auf jeden Fall ziemlich consistent. Um das Wort zu benutzen, was Filme immer gerne benutzt. Wie war Epic Gamers? We don't say that things. So oder so. So. Ich muss sagen, wir spielen noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, besser als ein PB kann es nicht mehr werden. Aber hey. Wow. Es ist tatsächlich ein PB geworden. Und ich habe mir tatsächlich den Link von der Lieblings-Karte. Emi. Ich habe keine Ahnung, ob sie wirklich so heißt. Oder ob sich das so ausspricht. I don't know. Ähm. Ich habe es leider den... Ja. Oh. Cura hat den PB auch noch verpasst. Okay. Ich muss auf jeden Fall... Wie hieß der Mod noch gleich? Irgendwas mit Sunset? I don't know. Es hat nicht zu viel jemand von euch den Link kopiert oder so. Nein. Cura wird dich umbringen. Ja. Aber stell dir mal vor. Ich hätte jetzt nicht gestreamt. Dann hätte ich jetzt keinen PB. Ich glaube, da war vorher schon nicht mehr zu lesen. Ich habe ja gesagt, ich will das nach dem Run machen. Nur gab es das halt nicht. Weil ich einfach durch gerannt bin. Gerannt. Ich habe so viel gespammt. Also true. Aber das war nicht die Ursache. So. Nee. Das ist irgend so ein neuer Mod. Und ich bin... Das ignorieren wir einfach mal, dass es gerade passiert ist. was und ich habe ich musste so lange meine güte dieser bauen da wenn er nicht gerade im weg steht steht der weg um was aber das ist einfach nur nervig einfach nur nervig ja der nächste personal best ich hoffe der wird nicht wieder so viele monate auf sich warten jede menge ja sie wollte tatsächlich schon beim letzten mal dass ich den ich muss mir später vielleicht mal meinen eigenen stream angucken um zumindest den namen mal zu sehen ja das ist ja schon keine ahnung 20 minuten her wo sie das geschrieben hat also ich glaube es war auch wirklich nur ein pb weil der überarbeitete pixel perfekt pogo jump deutlich einfacher zu performen und auch more consistent ist ich glaube sogar mit dem ist es möglich über kackende schnecken zu sprengen ich weiß es klingt jetzt falsch und so aber you know what i mean and mean what i know nein nein der ist neuer wohl er kam wohl erst raus wo sie mir das erste mal davon geschrieben hat und das ist keine ahnung vielleicht eine woche oder so her oder man maximal zwei ich glaube tatsächlich sie war auch beim letzten beiden streams konsequent dabei trotz die huge time difference sie spielt übrigens auch sehr sehr viel retro aber sie stimmt halt meistens zu zeiten wo ich halt leider nicht auf den twitch unterwegs bin muss noch ein design zusammen schrauben aber es hätte funktioniert drüber zu sprengen sehe ich leider meistens erst danach aber gut das waren jetzt zwei sekunden unter drei minuten unter drei minuten Du bist meine Mutter, selbst Chikatier weiß, wie man mich richtig schreibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, du warst einfach nicht gemeint. Ja, der hat einfach nur das Filmende, das Finn gemeint. Du warst eigentlich nur die gemeint. True, ich meine... I don't want to jinx it oder so. Ich hatte schon so das Gefühl, als du das geschrieben hast, dass du jetzt schon wieder gejingst. Ich sterbe gleich. Lol, einfach mal am Schalter vorbeijumpen. Wie so ein Foley-Dude. Okay. Wo sind die Skypests? Ah, nein! Ah, wäre ich ganz normal weitergelaufen. Meine F. Meine F. My Friends. Ich jinxen nicht. You do jinx. Ah! Skypest, meine Güte, ist schlimmer als jedes Horror-Game. Schlimmer als jedes Horror-Spiel. Ich kenne kein Spiel, bei dem ich mich so auf der Strecke wie Commander Keen. Oh no, 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 no. Ach, ist das ein... Ist das ein reudiger Shit hier. Das ist ein... Aber mal wieder haben die Pyramiden gezeigt, wenn die Pyramiden gut laufen. Na ja, obwohl es ging eigentlich. So gut lief ich jetzt auch wieder um nicht. Aber wenn die gut laufen, dann hat man eher eine Chance auf ein PB, weil die Pyramiden, die machen schon viel aus. Die machen sehr viel aus. So, bitte hier nicht wieder rein stuhlen, so wie eben. Das ist nämlich kein Kobo-Jump, sondern ein stinknormaler Jump. Ein stinknormaler Jumpe. Ich hasse es hier zu warten, aber ich kann es nicht ändern. Na egal, der Tod ist sad, besonders weil ich bereits auf dem Rückweg war, aber ich will auch wieder was speedrunnen. Ja, dann mach das doch. Mach das doch dann einfach. Such dir was Nettes aus, was dir Spaß macht und leg dann los. Aber Forking Three Islands of Smels habe ich zerstört. Wie zerstört. Ich war gerade zu getadet, um in Blackwater-Oasis zu gehen. Oh, Moment. Ich darf dieses Wort ja gar nicht mehr sagen. Oh, nein. Ich mit meinen 60 Followern werde bestimmt gleich gebannt. Also, Insta-Van Incoming habe ich schon gehört. Du hässliches Etwas. Zerstört im Sinne von, äh, keine Ahnung, es kann keinen besseren mehr als dich geben oder hat Gulaschko den Hack gelöscht, nachdem du ihn zerstört hast. Okay, Blackwater-Oasis ist dieses Mal ziemlich gütig. Fast ab 10, 100% nearly fucking deathless and any% ist auch kaputt. Okay. Gibt's keine Leute, die das aktuell sonst noch runnen oder so. Die deine Zeit bereits unterboten haben. Ich weiß aber auch gar nicht, wie, äh, groß da die Community ist bei, I don't know. Ja, es ist wahrscheinlich immer besser drüber zu jumpen. Oder man hat einfach, fuck, fuck. Wow, wow, egal, wenn du nicht scheist, ist alles gut. Okay, das letzte Mal, das letzte Mal war 28, jetzt bin ich fast 50 Sekunden schneller. Ähm, oh. Aber meine schnellste Zeit hier ist einfach mal 6.30, also, zwei Minuten schneller als bei meinen PB, also. Die ist literally zu schlecht, ich werde speedrunnen, wenn die, äh, 1.1 rauskommt, okay. Naja. Ja, gut, aber, ähm, hey, immerhin gibt's Konkurrenzen, du machst nicht etwas, wo literally nur du mitschubst. Nein, nein, nein. Gehen sie da weg, gehen sie, gehen sie da weg. Okay, wenn das Ding jetzt da reinfliegt, dann Scoop. Okay, kein Scoop. In this case, äh, save. Und, äh, wir gucken, dass wir da jetzt... Oh, wow, was ein Stuhl. Okay, das kam jetzt unerwartet hilfreich. Kann ich das schaffen? Okay, ich schätze, ich muss generell auf den Schuss warten. Oder? Okay, ich spinne auf Literatur zu nah dran. Okay, ich muss warten. Das ist eklig. Komm, schieß. Ich kann das nicht mehr schaffen, oder? Aber vielleicht... Nein. Ach, war das Kacke. Jetzt muss ich einen regulären Pixel-Perfect-Pogo-Jump machen. Ach, komm schon. Ich hatte so viel Pech davor. Moment, das muss doch irgendwie gehen. Ja, so geht's definitiv nicht. Äh... What? What did I say? I don't want to do the normal Pixel-Perfect-Jump, because this jump is just cancerous. yeah, but... yeah, but... I have no... no way... oh wow. I did it instantly, wow. That was just... insane, I guess. yeah, sometimes that works, but I have the feeling, it's still random, the different version is a lot better, I guess. I have to... I have the feeling, it's better. I have to... at least the feeling, it's better. I have to... I have to beat the game, because I got this far. We will save immediately, because this pattern just sucks. Okay, there is one skybest, I don't know, oh my god. Oh my god, that was really really good. Oh, come on. Was this really necessary? Was this really necessary? Ist das dein Ernst? Okay, that was just stupid. Das ist aber genau der Spot, der nicht geht. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Oh, come on. Wie lange diese Scheiße da aber auch liegen. Okay, that's just horrible. Okay. This area just sucks. And of course. Oh, this is so cursed. This is so goddamn cursed. Maybe I'm lucky. Maybe. Just maybe. And I am. Okay. Das ist nicht gut. Okay, ich habe zu Save, weil Skypass ist auf dem Boden. Das ist nicht gut. Ja, ich bin ein bisschen slower als das letzte Mal. Aber ja, vielleicht habe ich wieder Glück in Pyramid of the Shadows. Vielleicht mehr so. Das wäre schön. Ich habe keine Wahl. Ach du hässliches Etwas. Hallo? Vielleicht muss ich gar nicht zurück. Okay. Das war tatsächlich schon ein guter Spot wo ich war. Normally the set would take a while. Oh boy. Poison Slug just hates me today. Okay. Okay. Not just today. I guess every stream. Okay, please. Pretty please. I mean I can I mean I can try to beat with a new pixel perfect pogo jump to try to beat a worse pattern. Maybe this could be possible. 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 Maybe. 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 Okay, we will see. I will make a save here and immediately load. Okay, it's the good pattern. Okay, that was just stupid. I still try to figure out when I have to jump. And I immediately load, because reset. Okay, I have to go... No... Yes, of course. Okay. I have to go through. Save. And then... Okay. The pattern just didn't work for me. Wow. How sad. This is really sad, because in any other scenario with different spear pattern, I just would have done it. Oh wow, I did it. I did it. But my time runs already out. But yeah... Maybe, just maybe... This time... Will be a lot better. I don't know. Maybe not. I absolutely hate Skypass, because it's one random enemy who just can ruin your life. I mean, this level isn't that bad. Obviously, this is bad. But... I will try it anyway. And... Yeah. Done it. Very crude. Very crude, yeah. Crude. Very crude. Very crude. Very crude, yeah. Very crude. Very crude. The Peryllius Pit. Oh boy! The Peryllius Pit. No, what I have done! It messed up my... My şey... No, no. Ja, das war leider ein sehr, sehr, sehr fataler Stuhl. Und ich habe keine Ahnung, warum ich stehen geblieben bin, hallo? Warum hat die DOS Box gerade so komisch gelegt? Ich war komplett vorbereitet, genau das zu machen, was du gerade gesehen hast. Aber das Spiel hat einfach nur gemeint, ja, nö, lass mal. Doch, es war eine halbe Sekunde schwarzer Wildschirm. Einfach so. Einfach schwarzer Bildschirm. Kannst auch gerne einen Clip von machen, aber da war wirklich eine... Bei uns nicht. Okay. Weil da war Literatur eine halbe Sekunde lang gefühlt ein schwarzer Bildschirm. Ah, das war Antwort, schnatt. Literatur, meine Güte, Plattform, komm, wetter. Weil ich merke das ja beim Speichern und Laden, wie lang circa ein schwarzer Bildschirm da ist. Und der hat sich irgendwie länger angefühlt als sonst. Ich meine, es gibt immer einen kurzen Moment schwarzer Bildschirm beim Laden. Aber das war gefühlt irgendwie dieses Mal länger. Na komm, beende mal das Level. Also wenn ich richtig, richtig großes Lack habe und nicht zu sehr in Stell of Wishes rein stuhle, habe ich vielleicht sogar eine Chance auf eine gute Time. Habe ich vielleicht sogar eine Chance auf eine Very Epic Gamers Time. Werde ich eigentlich auch auf YouTube gebannt, wenn ich GEMA sage. Oh mein Gott, was habe ich denn gerade für ein Lack hier an dieser Stelle. Also, nenne ich Lack im Sinne von das, wo man immer sagt, liebe Kinder, trinkt das nicht. Sondern, ist das so ein Fixed Point in Time? Ne, okay. Ja, okay. Das habe ich wohl verdient. Ja, Lack. Bei uns auf der Arbeit hat man früher mal gesagt, meine Güte, hast du etwa Lack gesoffen oder so? Ja, ja, genau. Ich habe ja meine Ausbildung in einem Holzvertrieb gemacht, in der Holzhandlung. Und da hat man das immer gesagt, wenn irgendjemand etwas Dummes getan hat, so nach dem Motto, ja meine Güte, hast du Lack gesoffen oder so? Nein, wir rennen da durch. Nein, wir rennen da weiter durch. Okay, das war jetzt echt wieder ein paar Sekunden. Ich sag's doch, es geht, auch wenn die da hinscheißen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Epic... Na wohl, nicht so epic. Hier müssen wir halt einfach mal grad... Oh, come on. Ja, ich glaube, da geht ein möglicher PB, meine Freunde. Da geht ein möglicher PB. Naja, egal. Hätte ich noch eine Minute gebraucht für das Level. Und in Well of Visions wäre das echt knapp geworden. Auch so, aber... Naja, steckt man halt not drinnen. Wow, gut gerettet. Gut gerettet. Aber... Das hat jetzt, ehrlich gesagt, keine Zeit gerettet. Na, na, na... Na, 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 na... In Stoolologie? Ja, nice. In Stoolologie hab ich das. Oh, wow. Wow, einfach mal falsch abgewogen. Kennt man, kennt man. Epic... Stoolologie. Du, 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 du. Wow. Imagine, just imagine. Also, ich hab schon manchmal das Gefühl, dass es länger dauert, äh, bis, äh, ist, die Konsole wechselt, oder so. Das war ein Pixel. Das war weniger als ein Pixel. Das war ein halber Pixel. Ich weiß, dass es überhaupt keinen Sinn gibt, aber... Okay. 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 Und ich hab jetzt praktisch so den Speed von der Seite. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für euch überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, wenn ich das gerade sage, aber... 26-1, 26-1, keine schlechte Zeit, aber, äh, ja, das wär jetzt auch kein, äh, PB geworden. Okay. Thanks, Jonas. Thanks. And, yes, we beat the game twice today with one new personal best, also a very good second try. Yay. Zwei wunderschöne Runs. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ähm, sind sie schon unterwegs, X-Shrek, weil dann würde ich einfach gerade mal rüberraiden. Genau, Finn rastet mal wieder aus. Dabei ist es kein Personal Best, aber 26-1, muss man halt auch einfach mal sagen, ist eine super Zeit. Reden sie jemand anderen. Dann würde ich mal sagen, das machen wir. Auf jeden Fall, ähm, nicht nur auf Twitch, sondern auch auf YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen. Also, ähm, Jonas, thank you for stepping by. I look, uh, who I can rate now. Uh, okay, um, this person I can rate, but I guess, uh, I'm a little bit too small. I'm like Fleo. I don't want to rate a bigger streamer with just a few people. So, this is it for today. I hope you had fun with it and see you next time. Okay. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020